Schroffe Felsen, malerische Häuser, einzigartige Bauten, das sind wir. Engagiert, fleißig, innovativ, das sind wir auch. Aber wir sind auch das. Wir sind auch das. Das ist unsere Vergangenheit. Und das, das ist unsere Zukunft. Allzeit sicher ist man bei uns natürlich auch. Überall. Und zu feiern gibt es auch immer etwas. Los geht's. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. So bereiten wir uns schon jetzt auf das Wichtigste der Welt vor. Auf Sie. Lernen Sie uns von unseren schönsten Seiten kennen. Und feiern Sie mit uns eine unvergessliche Party. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Und bis es soweit ist, sind Sie immer herzlich willkommen im Schacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.